Ich baue mir jetzt mal neue Dolche. Schwupps. Äste brauchen wir noch. Haben wir keine Äste mehr? Ich habe welche in meinem Inventar. Achso. Ah, hier sind auch noch welche. Ich nehme die einfach von Offi und wenn Offi sie zurückhaben möchte, soll er sie sich einfach wiederholen. Da an der Bergbank ist Knüppel und Fessel und Pfeile. Okay, alles klar. Sehr gut, ich baue mir jetzt mal kurz Dolche neue. Mach das. Pfeile darf ich auch mitnehmen, alle. Ja. Geil. So. Ich muss mal gucken, es gibt nochmal einen besseren hylkanischen Bogen, den ich lernen kann. Ja, habe ich auch gesehen, dass es zwei gibt. Da gibt es zwei, ne? Genau. Ich nehme mal den besseren. Einer mit Seide und... Achso, einer ist mit Seide. Eine ohne Seide. Ja, aber wir haben... Wir haben zu wenig Seide, oder? Oder haben wir irgendwo Seide? Wir haben 16 Spinnenfäden. Daraus kannst du Seide herstellen. Wie viel Seide brauchst du denn? Ich glaube, wir haben noch mehr Spinnenfäden, oder? Irgendwo rumfliegen. Hier in der Werkbank des Zimmermanns. Wir haben 60. Ich habe 16 bei mir im Inventar. Und ich habe 60 im Inventar. Das reicht vollkommen, dann können wir uns den mit Spinnenseide bauen. Ich mache das mal eben. Stelle ich mal eben her. Okay. Seid aber schon weit, wenn ihr Stahlwaffen... Ja, ja, wir haben gut gelevelt. Wir haben sehr gut gelevelt. So, pass auf. Wir haben auch die letzten Tage, haben wir jeden Tag ein paar Stunden gestreamt. Und dann haben wir noch 20 Stahlfeuer. Da ist ein nackter Offi. Oha. Sieht gut aus. So. Schmeißen wir das mal wieder an. Die Schmieden müssen brennen. So. Warum hat er jetzt nicht weiter gemacht? Achso, er macht noch weiter. Gut. 13 brauchen wir. 13 und Leder. So. Das Leder hat wahrscheinlich Just Me gerade geschnappt. Genau. Jetzt müssen wir noch kurz warten. Knüppel und Fessel da drin sind auch für dich, ne? Achso. Ja. Ja, habe ich mir genommen. Sehr gut. Habe ich mir geschnappt. Sehr gut, dann habe ich sie ja doch nicht umsonst hergestellt. Hast du nicht. Ja, der gestern gestreamt, das war der erste. Wir haben gestern gestreamt, vorgestern und so. Und ja, wir sind schon ein bisschen weiter jetzt. 12, 1 noch. Und ein paar Ästchen. Wir brauchen nochmal Äste. Äste. Habe ich hier. Okay. Haar, Stalldolche. Wenn du die Dörche in der Hand hast und jemanden anguckst, siehst du so aus, als würdest du dem gleich an den Hals springen wollen, um den zu töten. Vielleicht will ich das. Alles klar, dann werde ich mich jetzt von dir fernhalten. So, einmal bogen. Ah, neue Dolche, schön. Einmal bogen. Wird hergestellt. Dann müssen wir noch ein bisschen warten. Es dauert. Das dauert. Moin, Soos. Grüß dich. So, ein neuer Bogen. Der Bogen sieht toll aus. Für Schaden macht der neun. Ist auch nicht so der Brüller, ne? Also ich finde dafür... Soos, danke fürs Hosten. Ich finde dafür, dass das... Dass das ein Stahlbogen ist, macht der echt nicht viel Schaden, ne? Naja. So. Vier Seite brauchen wir noch. Okay. Dann stelle ich dir den Bogen her. Finde ich sehr, sehr freundlich von dir. So bin ich. So bin ich einfach. Guter Sklave. Sehr guter Sklave. Ja, ja, ja. Du mich auch. Äh. 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 So, können wir aufhören, so zu tun, als wären wir geistig etwas zurückgeblieben? So zu tun? Ach so, ja. Bist du es etwa nicht? Nee, ja doch, eigentlich schon. Eigentlicher Schuh. Wusste ich es doch. Ja. Wusste ich es doch. Ich gebe es zu. Ich gebe es offen und ehrlich zu. So bin ich. So, Bogen. Bogen ist ein Auftrag. Jetzt muss ich mal meine Talente gucken. Mh, bezüglich eines neuen Schildes eventuell. Also, wir haben keine Punkte mehr übrig. Sonst könnte ich jetzt noch den Dreiecksschild, den Stähler, dann lernen, aber. Es kommt auch die Pfeile an. Nur zu Schlangenpfeile und Gift. Hm. Hm. Hast du Giftpfeile gebastelt? Nee. Wo können wir die überhaupt basteln? Wir müssen Gift herstellen und das dann irgendwie kombinieren. Ach so. Echsengift-Krise oder wie? Ja, und da fehlt uns die Sand-Echsen-Gift-Brüse. Dann holen wir uns doch Sand-Echsen. Lass uns Sand-Echsen jagen. Okay. Hast du den Bogen? Ich hab den Bogen, ja. Sehr gut, dann gehen wir Sand-Echsen jagen. Auf geht's. Dann packe ich das Rad aber hier nochmal irgendwo rein, weil sonst kann ich nichts tragen. Ja, mach das. Ich warte draußen auf dich. So, hier bin ich. Los geht's. Dass wir immer bei Nacht losziehen. Ja, weißt du, still und heimlich. Damit die Leute nicht wissen, dass wir losziehen. Still und heimlich wie ein Dieb in der Nacht. Ja, genau. Wir könnten auch, wenn wir schon mal beim Swagger Rock waren, demnächst auch mal den Seedlehrer holen. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Aber dann können wir auch, ich glaub, Schlangenpfeile oder sowas erstellen. Der macht die Schlangenpfeile. Der macht die Schlangenpfeile. Ich wollte einfach mal einen Lufttritt machen. Alles klar. Lass uns die Menschen hier töten. Okay. Ach schön, der lässt sich nicht treffen. Ja, von mir auch nicht. Jetzt darf ich. Witzig, ich dürfte immer noch nicht. Oh, Rohasche. Geil. Cool. Das kann man für den besseren Dünger brauchen später. Ach, von den Fällen müssen wir die wegziehen. Alles klar. So, Zeit für Gift. Muhaha. Ja, das hat ein Vieh eine andere Farbe. Ich hoffe, das ist kein World Boss oder so. Ich habe keine Ahnung. Das gelbe Vieh? Nee. Das ist wahrscheinlich ein Männchen oder so. Wahrscheinlich. Die sehen aus wie von Dings. Stranger Things. Ja. Die Demiagorgons oder so heißen die, ne? Genau. Stranger Things. Oh, ich habe jetzt... Ah, doch. Vier Giftdrüsen habe ich bekommen. Mach du das mal, du hast das Beste bezahlen. Ich weiß aber nicht, ob das die richtige Art ist, die zu plündern. Keine Ahnung. Ich glaube, jetzt haben wir ein paar mehr gezogen. Drei Stück. Ich bin vergiftet. Ich auch. Au. Ich auch. Tut nur so ein bisschen weh. Vielleicht sterben wir. Nee, ich tjau mir nicht. Nee, ich tjau mir nicht. Nee, ich tjau mir nicht. Keine Ahnung. Also, wir haben 22 Giftdrüsen jetzt. Hm. Warum treff ich die nämlich? Jetzt habe ich getroffen. Yay, level up. Woo. Ich hatte vorhin auch eines. Nice. Da hinten ist ein roter, der sieht beziehungsweise nach einem World Boss aus. Nee. Oder doch. Der sieht anders aus. Lass testen. Ja, wir können ja weglaufen. Okay. Ja, das ist ein World Boss. Lass gehen. Wir gehen. Bye. Bye, bye, World Boss. Ja, Meroth hat gerade geschrieben. Da läuft auch ein Boss rum. Ja, okay. Wollen wir gleich noch zum Seedlehrer gehen? Ja. Du hast einen Fallback. Sieht herrlich aus. Ja, ich sehe ihn nur nicht. Bei mir selbst sehe ich ihn Gott sei Dank nicht. Das würde mich nämlich echt nerven. Das wäre irgendwie lustig. Hm, total. Ich fände es lustig. Ich würde mich voll wegschmeißen. Ja, ha, 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 ha. He, 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 he. Alles klar. Es geht wieder los. Ja. Wie schlimm ist das? Hm, mit dir besonders. Back to the Swagger Rock. Jetzt war ich der Spee voll in meiner Schusslinie und ich habe sie getroffen. Ich habe den Headshot verpasst, aber voll den Headshot, weil du in meine Schusslinie gelaufen bist. Und? Ja, deswegen habe ich dich getroffen. Du musst besser aufpassen. Du musst vielleicht nicht in meine Schusslinie laufen. Ich bin nur geradeaus gelaufen. Ja, ja. Nee, du hast eine Biege gemacht. Nein. Du hast die Biege gemacht. Nein. Oh doch. Nein. Immer zweimal Mami, du. Ha. Ja, meinetwegen. Ha. Ha. So wird der Sklave halt irgendwann noch zum Meister, ne? Never. Never. Du wirst noch irgendwann sterben. Irgendwann bringe ich dich um. Sei brav. Ha. Das ist nicht meine Peitsche. Ich habe einen Knüppel und eine Fessel. Hm. Und ich habe einen dicken Hammer. Auch zwischen den Beinen. Was? Das ist eine andere Geschichte. So, ich weiß genau, wo der Typ ist. Ich war da erst heute. Woher nur? Ich habe erst heute einen Religionsguide produziert. Hm. Ich weiß ganz genau, wo der steht. Ja, warum sind wir dann noch nicht da? Ja, weil das halt ein weiter Weg ist, du Pflaume. Ich bin doch keine Pflaume. Doch. Bist du sehr wohl. Bist du sehr wohl. Denn dann werde ich eine Zwetschge. Alles klar. Das wollte ich jetzt wissen. So, genau hier müssen wir hoch. Genau hier. Okay. Ja, wir müssen einmal um den Felsen herumlaufen. Tiger. Tot. Katzenfell. Miau. Oh. Ich bin gespannt. Woher. Oh. Und der ist die Völkken.